Achso, ja, einkaufen wollte ich noch. Äh, ich wollte ja noch... Äh, ähm, 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 äh, ihr seid zurück. Wow, erschreckt mich doch nicht so. Äh, was hab ich getan? Okay, ich glaub nicht, dass ich mir davon noch sehr viel Holz... Oh, äh, so viel... Da guckt man einmal irgendwo hin, ne? Da guckt ihr auf dieses... Auf die Holzrote und dann lese ich gleich... Da macht man einmal Holz. Äh. Äh, ich wollte eigentlich Heilkräuter kaufen. Um mir ein bisschen die Arbeit zu aussparen. Aber ich hab nicht mehr so viel Kohle. Also nehm ich einfach fünfmal Heilkräuter mit, dann hab ich noch zwölf Senni und dann war's das auch. Gut, ich hätte noch einmal gekauft, aber da hätte ich zwei nur noch gehabt. Okay. Nein, da komm ich zu fahren. Da will ich nicht hin. Ich will... Jetzt auf den Klausberg, warte ich. Zu den blauen Bergen wollen wir. Ne? Zu den blauen Bergen wollen wir. Und so weiter. Ne, der heißt kommen eigentlich, ne? Aber ist auch egal. So. Wir wollen einfach zum Klausberg. Ich bin glücklich. Weil, ja, ich hab jetzt endlich mal meine Aufnahmen hingekriegt. Dass es nicht mehr leckt und so ein Quatsch. Näh. Oh, Gongkopf. Äh, ja, ich mach mal noch kein so viel Magie-Wachsens-Zeug. Damit ich noch ein bisschen Mana... Achso, äh, ich war nicht schlafen. Vergessen. Ich will sowieso nicht schlafen. Ach, ich muss noch mal raus. Na gut, dann machen wir uns ablatt und dann muss ich noch mal nach draußen. Außen ganz einfach in Grun. Hm, hm. Ich brauch noch Magie und so ein Quark. Also kann ich doch zaubern. Ah ja, gut. Ich bin glücklich. So, gut. Äh, ja. Ich hab vergessen, mich zu heilen. Lulululilil. Mein Gott, warum triffst... Warum machst du dich nicht tot, Ryu? Du bist doch unfähig. Guck wenigstens hin beim Schlagen, dann triffst du dich auch hundertprozentig. Ich hab gleich Level ab und Heilkräuter. Na gut. Umso mehr so wird, da liegt noch was anderes. So, nochmal raus hier. Ah, da war da war da war da war da war. So, wo kann ich denn hier campen? Da kann ich nicht campen. Hier ist überall der Glausberg. Da kann ich campen. Mitten im Weg. Wenn ihr wer hoch will, doch, Pech gehabt. Das Zelt steht hier. Was macht mein Laufwerk denn schon wieder für komische Mücken hier? Ich möchte mich rausruhen, ja. Ich find die Schlafmusik hier so traurig irgendwie. Dabei ist das... Gar nichts Schlimmes. Das ist so... Hm. Naja. Kann man nichts machen, ne? Ja, ich guck mir die Info-Horwe nicht an. Das ist ja auch egal. Ich brauch die nicht jedes Mal. So, und nochmal das Ganze. Wieder hier vorne. Diesmal Gegner auf der Brücke. Oh, ein, ein, eine Currywurst. Cool. Der... Das ist doch so ein komischer Löwe da. Warte, ich mach dich plat. Der hat mich beim... Kloben. Äh, der hat mich doch beim Anfang da... Angegriffen. Äh, jetzt ist Teppo vergiftet. Toll. So eine... Giftschaden, ja, super. Ich hab natürlich nur Haikräuter gekauft, kein Antitode. Naja. Ja, genau. Vergift mich auch noch. Oh, danke. So. Pennersäcke. Ich hab jetzt schon Hassgegner. Ah. Currywurst. P.P. Level Up. Intelligenzabwehrkraft und Halleluja. Uuuh. Ach ja, wenn ich jetzt gehe, nimmt Teppo auch Giftschaden. Dup. Daran sieht man das. Ich kann auch nicht rennen, seh ich gerade. Hab ich denn Antitode überhaupt? Ja, einmal. Na gut, dann heil ich mich. Heil ich mit Magie. Zup. Ich will zu diesem komischen Ding da unten. So. Kein Gegner. Hui. Du fandest Antitode. Na gut. Kann ich schaden. Ach, Gegner. Na gut, das ist nur der. Hi, go. Hi, go. H, Y, E. Ach, egal. Ich bin so unfähig heute zu irgendwas. Äh, ja, wo muss ich hier lang? Ich hab das... Dafür ist es zu lang her, dass ich das Spiel so gut kenne. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Und hier ist eine Sackgasse. Sackgasse. Sackg. Naja, egal. Oh, zwei von denen. Äh, ja, zaubern oder nicht? Ich zaubern mal. Geht ein bisschen schneller vorbei. Eins. Oh, wie gefährlich. Und nochmal. Ne, zwei. Oh, Gott. Das verdoppelt sich jetzt wahrscheinlich immer. Rache. Frost. Ja, ich glaube, Rache kommt auch nur bei physischen Schaden, wenn ich mich erinnere. Ich glaube, bei magischen kommt der nicht. Klatsch. Oh, du bist so unfähig. Wenn ich jetzt die Biken so richtig gesehen habe, dann dürfte der ungefähr 30 HP haben. Würde ich jetzt schätzen. Also 30 Lebenspunkte. Oder SP, wie es ja heißt. So schön. Wobei ich keine Ahnung habe, was das ist. Was ist SP? Na gut, jetzt haben wir nur noch einen Weg und nehme mich geradeaus von der Brücke eben. Ja, das ist der Grund, warum man hier schön oft sehr viel leveln kann. Und Kohle sammeln, weil die Sachen einfach alle sehr, 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 sehr teuer sind. Puff, go! Zwei Stück. Äh. Ah, brennen. Brennen, 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 brennen. Er hat noch 17 Magie, das reicht. Verzeihen, na gut, das ist ganz in Ordnung. Puff, go! Verteidigt! Ja. Schön, beide verteidigen. Na, daneben! Rache. Rache, Viecher. Rache, Mann! Normal. So, das war Tempo. Äh, mach mal Eis auf. Ich hab's vergessen wieder. Waren die irgendwie empfindlich? Ich glaube nicht. Bisher waren nur diese Pflanzen empfindlich Klung Die waren... Ja, gut Oh, von wieder daneben! Was machst du denn? Guck hin beim Kämpfen, du Spaten Autokampf geht ein bisschen schneller Ich will nicht nur wieder zaubern Oh mein Gott So, der trifft wenigstens Nimm dir Teppo als Beispiel, ja? Der braucht nicht drei Runden, um dem Gegner Schaden zuzufügen Auch wenn er nicht so hübsch aussieht wie... Na gut, du siehst auch nicht hübsch aus Aber egal So, ist hier noch was? Hier ist auch nichts Toll, jetzt bin ich jeden Gang abgegangen, hier glaube ich, außer den richtigen Äh Oh, schon wieder was Das ist das Nervige ein wenig, halt Oh, Magigo, den hatten wir noch gar nicht Äh Teppo, mach mal den da Und du prüfen Ich will endlich mal den seine scheiß Ability da haben Hab ich überprüfen erklärt? Ich weiß es nicht Ich frage... Ich glaube, wenn... Also wenn ja, dann frage ich jede drei Videos danach Ob ich das schon erklärt habe Weil bei mir ja die Aufnahmesoft abgekackt ist Ja, da ist ja auch egal Ich will den seine scheiß Ability Na gut, dann ne, ist ja auch egal Na gut, ich erklär prüfen nochmal so, wenn's soweit ist Weil ich hab... Also nach dem... Meinen jetzigen Wissensstand hab ich noch nix Weil ich hab auch noch nix hier Fähigkeiten Da ist ja nix drinne Also ist es auch egal Also, weil gehe ich davon aus, dass da nichts ist Hallo? Da komm ich aber nicht hoch Ich kann nicht springen Äh... Ja, hier hoch Und Gegner hier auf diesen Vorsprung Das ist noch so ne Fläche Nein, zwei von diesen Viechern, da zauber ich doch Die spucken Feuer, also gehe ich davon aus, dass sie frostempfindlich sind Und du auch noch auf den Drauf Ja, das prüfe ich nicht, weil es nicht geht Sonst würde ich's machen Auch nochmal Die hören das auf, wenn man immer vergiftet ist Ja, super So, bitte sei empfindlich dagegen Und stirbt gleich Naja, besser als nix Wobei ich denke mal, der normale Schaden genauso viel Schaden machen würde Ja, äh, Feuer Gegen den da Also wenn ich hier irgendwas in diesem Spiel nicht weiß, dann sind's die Kämpfe Gegen was welche Viecher empfindlich sind Naja gut, außer gegen offensichtliche Sachen natürlich Wie Pflanzen gegen Feuer Oder Eisklötze gegen Feuer Gut, Feuer bringt mehr als 28 Auch wenn die Feuer spucken und feuerempfindlich sind Naja gut Äh, ja genau, 100 sind Achso, ja, ich bin vergiftet Ich vergaß Hahaha, ich vergaß Na gut, der war nicht so lustig Der war aber schlecht Ich hab nicht malen Ich hab keine Magie mehr No Maggie Äh, ja scheiße Ich müsste hier diesen Berg runter stotzen Um auf diesen komischen Geldbeutel da zu kommen Aber wo? Ich versuch's mal hier Ja, Treffer Du fandest Schwuck, Karo Ja, wieder was zum Angeln Werde ich nicht so oft machen Ohne Videos Ich werde auch aufs Queen angeln Wenn überhaupt Angeln bringt überhaupt nichts in dem Spiel Nur, dass man die Fische essen kann Aber Hm, so besonders ist das noch auch wieder nicht